Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 263 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Anna arbeitet für ein Unternehmen in Indien. Anna arbeitet für ein Unternehmen in Indien. Sie bedient eine Alte Industriemaschine. Anna arbeitet für ein Unternehmen in Indien. Sie bedient eine Alte Industriemaschine. Ich verstehe diese Anleitung nicht. Kannst du mir dabei helfen? Ich verstehe diese Anleitung nicht. Kannst du mir dabei helfen? Ich verstehe diese Anleitung nicht. Kannst du mir dabei helfen? Danke, dass du mir alles so gut erklärt hast. Jetzt habe ich es verstanden. Danke, dass du mir alles so gut erklärt hast. Jetzt habe ich es verstanden. Danke, dass du mir alles so gut erklärt hast. Jetzt habe ich es verstanden. Die Maschine muss für jeden Arbeitsgang neu eingestellt werden. Samira weiß, wie man mit Elefanten umgeht. Es gibt noch eine kleine Korrektur. Ich arbeite mit Bleistift und Lineal. Ich arbeite mit Bleistift und Lineal. Bevor ich eine Entscheidung treffe, muss ich darüber nachdenken. Bevor ich eine Entscheidung treffe, muss ich darüber nachdenken. Diese Einstellung ist wichtig für die genaue Justierung des Werkstücks. Diese Einstellung ist wichtig für die genaue Justierung des Werkstücks. Ich fahre dieses Wochenende für einen Kurzurlaub nach Paris. Ich fahre dieses Wochenende für einen Kurzurlaub nach Paris. Warum muss alles immer so kompliziert sein? Ich verstehe das nicht. Warum muss alles immer so kompliziert sein? Warum muss alles immer so kompliziert sein? Ich verstehe das nicht. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Unsere Konditorei hat eine große Auswahl an köstlichen Pralinen. Unsere Konditorei hat eine große Auswahl an köstlichen Pralinen. Ich bin bereit für das Fotoshooting. In drei Minuten stehe ich vor der Kamera. Ich hoffe, dass alles gut geht. Ich wünsche es ihm so sehr. Kannst du mir sagen, wo die nächste Bushaltestelle ist? Kannst du mir sagen, wo die nächste Bushaltestelle ist? Kannst du mir sagen, wo die nächste Bushaltestelle ist? Im Internet kann man lustige Dinge entdecken. Anna und Fred lachen über ein Video. Im Internet kann man lustige Dinge entdecken. Anna und Fred lachen über ein Video. Hast du das Gemüse im Bioladen gekauft? Es sieht gut aus. Hast du das Gemüse im Bioladen gekauft? Es sieht gut aus. Das hast du gut gemacht. Du hast dein Ziel erreicht. Das hast du gut gemacht. Du hast dein Ziel erreicht. Mein Mann bügelt seine Hemden selbst. Das hat er schon immer gemacht. Mein Mann bügelt seine Hemden selbst. Das hat er schon immer gemacht. Meine Frau will sich von mir scheiden lassen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Meine Frau will sich von mir scheiden lassen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und dann rein. Untertitelung des ZDF, 2020